Ich bin jetzt endlich wieder aus dem Urlaub zurück, Alter. Genau, lass uns aus dem Urlaub zurück. Entzug von Bobbli Live gehabt. Ja. Und natürlich, lass ich jetzt auch das neue Update sich holen. Ja, natürlich. Genau. Und das gehen wir dann jetzt nochmal durch. Ich weiß ja ungefähr, wie es funktioniert. Und dann würde ich sagen, komm, let's go. Alles klar. Der war nämlich ganz traurig, dass wir alle schon das Update hatten. Und das er noch nicht. Und jetzt müssen wir es halt schnell gehen. So, let's go. Ich bin einer der Letzten. Also klar, ein Geschenk weiß ich sogar. Na, dann mal los. Er hätte zum Golfplatz müssen. Okay. Also wir haben es jetzt hier quasi zweimal. Wer es noch nicht gesehen hat, so, komm, Lasse holt das jetzt nochmal ab hier. Der will nämlich unbedingt das neue Supercar haben. Ja, ich finde das so krass, Alter. Das kann halt alles. Ja, ja, ja. So, let's go. So, also erstes neues Geschenk für Lasse. Hier ist, ihr wisst das, hier drüben. Hier in diesem Golfhaus. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Bam. Bam, da hat er es. 30 Dollar plus. Jawohl. 30 Dollar reicher. Ja, komm, Geld haben. Ja, wir haben voll wenig Geld. Aber wir gucken erstmal, ob der Zauberer ist. Genau, du musst mal hinten an der Klippe gucken, ob er da eventuell hockt. Jo, 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 da ist er, komm, lass uns gleich da runter. So, dann gehe ich da mal rein. Ich warte hier schon, ich zeig dir schon, wo es ist. Hey, ich weiß es eh schon. Oh, nee, jetzt mit dem Typen, nö, ich will mich nicht einsetzen. So, zack, zack. Let's go. Okay, das war das zweite. Plus 35. So, let's go. Und die letzten drei Geschenke weiß ich nicht. Äh, ich muss jetzt auch kurz wieder überlegen. Flieg mal einmal erstmal Richtung Berge, da in dieser, äh, in dieser Bochbahn ist auf jeden Fall noch ein. Ah, ja, stimmt, da ist sie auch noch. Das weiß ich auch noch. So, genau, hier bei der Bochbahn. Da unten, da ist sie jetzt. Nein. Oh. Okay, let's go. Genau, so, die letzten beiden, ne? Ey, nein, unser Heli fährt mit der Bochbahn. Hinterher. Oh, nee. So, dann haben wir das. Jetzt kommt dann quasi das, äh, vierte. Vierte? So, vierte. Vierte? So. Ja, Mann. Und das musst du da hinten irgendwo bei diesem Planetarium und so. Genau, das ist tatsächlich beim Planetarium hinten. Ja. So, genau, hier oben. Ja, Mann. Zack. Oh, einfach, oh, Lande. Landen, landen, landen. Let's go. Zack, und hier ist das vierte neue Geschenk für Lasse. Ja, Mann. Und da liegt es. Bam. Yes. Jetzt schon noch eins. So, dann holen wir jetzt das fünfte neue für Lasse. Ah, ist klar. So, und jetzt ab zum fünften Geschenk. So. Guck mal, ich so. Guck mal, ich so. Und da kriegst du auch gleich noch ein Special dazu. So, Lande. Okay, da sind wir beim Bürgermeisterhaus. Ja, Mann. Let's go. Da ist ja jetzt oben die Tür offen. Da oben ist das letzte Geschenk. Ja, Lasse hat es schon ein bisschen gesehen vom neuen Update. Er weiß schon alles, aber er muss das auf jeden Fall noch spielen. Ja. So, hier links hört die Tür muss du, da links. Aber da ist doch dieses Schloss. Ah, das weißt du auch schon, okay. Ja, du musst erst den Schlüssel holen. Ja. Sonst kommt man hier nicht rein. Das ist auf jeden Fall der neue, der coole Bürgermeister. Ja, ich finde das ihn auch ganz geil aus. So, da musst du aufschließen. Zack. Zack und boom. Yes. Gut gemacht. Alle Geschenke. Ja. Ja. Oh. Ach ja, du kriegst auch gleichzeitig den, 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 den Dings hier. Ja. Magic, Magic. Boom. Boom. So. Alles klar. Aber jetzt hast du das Bürgermeister-Outfit nicht gekriegt. Doch, bestimmt. Ich finde, ich, das stand da oben. Wenn ich das nicht habe, dann verklage ich Mobi. Okay, das waren die Geschenke. Ja. Und jetzt wolltest du ja noch die... Artefakte. Oh. Hey. Hey, da wird das Schauschen stehen. So, du wolltest ja auf jeden Fall das Supercar haben. Mhm. Dann brauchen wir natürlich noch die Artefakte, ne? Ja. So, also müssen wir jetzt den, den, den Zauberer suchen. Genau, der Tag ist noch nicht um. Also eigentlich müsste der da noch hocken. Mhm. Ja. Ja, ja. Da ist er. Alles klar. Fliege ich oder nicht? Äh. Ich fliege. Du hältst ihm den Sack fest. Du hältst mir deinen, du machst das ab, der hält. Deinen Sack. Du musst den, du musst den Sack festhalten. Okay, okay. Okay, also einmal Sack kaufen und den gelben, meinst du? Mhm. Dann let's go, Schiff festhalten. Ja. Euch. Boah, er startet schwer mit dem Dicken, das hab ich hier drauf. Nein, der startet immer so. So, was haben wir jetzt gesagt zum Hafen, ne? Hafen, ja. Jetzt langsam. Das ist klar. Genau, so. Und jetzt hier hinter. Hinter dem? Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Natürlich hinter dem. Hier. Da. Da, okay. Auspacken und dagegen hauen. Oh, warte. Mit Schwung. Ich hab auch ein bisschen gebraucht. Was ist klar, warte? Jawohl. Oh, Riesenköppel. So, und das Artefakt. Ja, Mann, ich wollte gerade wieder gehen. Was lauen jetzt ab zum Museum? Genau, mit den Riesenköppen jetzt hier rein. Du hältst dich fest? Ja. Klar, ist nicht so verrückt das. Okay, let's go. Oh, Mann. Nein, ah. Nein. Ich bin der schlechteste Pilot. Hast du das Artefakt noch? Ja, es lebt noch. Junge, dieses Artefakt hat sich gerade noch so hier irgendwo festgehalten. Ja, jetzt ist unser Flugobjekt weg. Komm, ich komm. So. Einmal kurz das Gefährt gewechselt. Ich hab ne Heli geschrottet. Ja. So, Artefakt abgeben. Woo. Let's go. So, eins von vier. Ja, Mann. Zack. Der Zauberstab. Okay, let's go. Dann würde ich sagen, lass uns zur Polizei. Und dann nehmen wir den roten Trank und fliegen gleich zum Beispiel. Genau. So, der Zauber hat natürlich jetzt seinen Platz gewechselt, aber wir haben gefunden. So, ich versuche das jetzt heute mit Heli, ohne dass wir ihn kaputt machen. Ja. Roter Trank. Zack. Zack, let's go. Okay, ich versuche dann beim Starten nicht gleich wegzudriften, nicht dass ich gleich wieder irgendwo reinrausche. Halt ich fest? Warte, ich hab mich am Boden. Mache. Wo? Ja. So, ab zum Leuchtturm. Der ist gleich um die Ecke. Ja, der ist gleich da hinten. Oh nein, mein Sack. Warte, ich geh nochmal ab. Das ist klar. Okay, zweites Artefakt holen. Ich sehe so ein bisschen aus wie dieser Typ bei SOS Ops. Ja, ja, die sehen aus wie bei SOS Ops, genau. Ja. Auch einen dicken Körper, aber kleine Körper. So, okay, Zauberbuch. Ja. Ab zum Museum. Ab zum Museum. Ja. Und dieser Kopf sieht so cool aus. Sieht so richtig komisch aus. Ja, aber er wird gleich wieder größer. Hoffentlich. So, kommen wir direkt vor das Museum. Ja. Zack, so lassen wir sein zweites Artefakt. Das Zauberbuch. Alles klar, als nächstes brauchen wir den hellblauen Dinger. Und wir fliegen jetzt wieder zum Wald. Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir wieder zum Zauberer. Also wir auch reinsetzen jetzt. Auch schon. Genau. Genau, einmal hellblauen. Ja. Das sieht mega aus wie Turquise. Ja, der sieht Turquise aus wegen. In der Fasche, glaube ich. Gäste, ja. Oh, mein Gott. So, bist dran? Ja. Lassen wir den Hubschrauber los. Oh, ich bin an, ich glaube, der wird gleich noch nicht. So, Absorbitär-Base. Äh. Ich muss gerade rückwärts gucken, weil ich mich rückwärts dran gehängt habe. So, hier hinter diesen Häusern oder Zelten oder was das sein soll. Oh mein Gott, ich bin gerade so hochgekommen. So, einmal hellblauen, nächstes Artefakt holen. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Yes. Oh, das war das Fliegen-Ding. Oh nein. Oh, mein Gott. Das hat direkt geklappt. Hätte ich auch noch nicht. Ja, ist ein bisschen Übung, dann kann man sie gleich... Oh mein Gott, ich bin auf dem Dach fast gewandert. So, was ist das? Das ist der Mantel. Ja, okay, okay, okay. Let's go. Und dann gleich nur noch der Hut. Oder? Ja. Okay, ab zum Museum. Au. Genau, so, lasst uns sein, drittes Artefakt. Datze, fatze. Let's go. Der Umhang. Ey. Da bin ich gleich schon wieder raus, komm jetzt schnell. Ja, Mann. So, ab zum Zauberer. Ab zum Zauberer. Und was war das jetzt? Äh, Lila, ne? Aber es gibt zwei Lilanen, aber nicht der Stern. Okay, Lila in den Trank. Mhm, weil es gibt einmal hier diesen Sternlilanen Trank. Ach so. Und einmal den Lilanen Trank. Okay. Zack. So, warte mal. Oh mein Gott, Aura. Äh, ich glaub bei welchem Tunnel war das denn? Äh, ich weiß schon. Äh, unten am, äh, beim Strand hier, ne? Ja. Da, bei dem Tunnel. Okay, let's go. Oh, da, ich weiß noch mal raus, ich hab dich auf der Schiene gepackt, ne? So, der packt den Sack erst aus, wenn du direkt davor stehst, ne? Ja. So, jetzt. Yeah. Oh nein, schlafen wir beide. Okay, dann nehmen wir das Artefakt mit, den Hut. Ja, Mann. Ab zum Museum. Let's go. Also stand doch irgendwas drinnen, dass sie, äh, ich hab's aber noch gar nicht so richtig gemerkt, äh, das Hüpfen verbessert haben sollen. Ich weiß nicht. Hüpft der jetzt besser, anders, schneller, höher, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, let's go. Das letzte, endlich. Let's go, die große Eröffnungsfreiheit. Okay, letztes Artefakt. Oh, Artefakt, wir erst mal sehen. Let's go. Endlich, 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 endlich. Ja. Da, freigeschaltet. Das ist das letzte Artefakt, das wir brauchen. Das heißt, das Museum ist vollständig. Der Bürger weiß. Dun, 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 dun. Ja, Mann. Let's go. So, das Museum wurde eröffnet, auch bei Lasse. Ja, endlich. Alle Helden der Stadt sind zu Besuch. Ja, Mann, sind echt der Zauberer. Ah, sogar der Golfball. Juhu. Let's go. Ach, der Museumskeller. Let's go. Ey, ey, wir haben halt... Dings, die ganze Zeit diese, äh... Hast du Schüttel mitgenommen? Hä, den hat man eh immer dabei. Achso. Ähm, Dings. Äh. Diese Tagesaufgaben, die da oben immer waren. Äh, die verschwundenen Artefakte. Tüffler. Fliegendes Auto. Yes. Let's go. Willst du mit rein? Komm, Lasse. Zweit rein, jawohl. Und jetzt fährst du da quasi aus der Garage von dem Zero. Das ist auch geil. Alles klar. Jetzt lass direkt den Zauberer. Okay, lass mal die Outfits testen jetzt. Ja, Mann. Äh, zur Oma. Uff. Oh, Gott. So, der Oma. Na, ist klar, da sind wir. Geil, eingeparkt. Was lass mal mein Oma machen. Ich zieh mich hier beim Jellyman um. Ich zieh überhaupt noch ein Kleider. Ja, okay. Ja, doch ganz stark, ne? Na, ist klar, ich zieh mir zuerst den Dings an. Den... Um. Hier steht magische Tür erzeugen. Soll ich mal... Magische Tür, ja, genau. Da kannst du... Genau, so. Jetzt kannst du quasi... So ein Portal, geh mal rein. Und dann bist du in so einer Map mit Portale. Jetzt kannst du dir quasi aussuchen, wo du... Das ist so eine Schnellreise. Oh, oh. In den Wald. Zur Farm. Zur Bank, also in die Innenstadt. Auf den Spielplatz. Und zu Paradise Island. Ich komm mal wieder. So, und dann gibt's doch noch das andere Oberteil. Das ist ja voll cool. Aber ich komm ganz schlecht aus den Türen raus. Loll. Hehehehehe. Ach so, man kann... Ach so, jetzt bist du ein Grün. Ach nee, bei mir... Jetzt bist du ein Grün. Ich bin für ein Brauner. Brüner, ein Brauner, ein Lila an der. Huuu. Nicht sehr cool. Also warte mal, du bist jetzt der Frosch. Ich will mal gucken. Hier kann ich mit Frosch auch hier... Äh, Frosch an der Nase. Ja, bei mir nicht. Okay. Warte mal. Oh, Hilfe! Ah! Oh, die hat die... Oh, ich schliebe. Fahrrad in die... Ach so, warte. Hehehehe. So, das war jetzt auch mal das Update mit Lasse. Der hat jetzt auch nochmal alles geholt. Und das Outfit haben wir noch ein bisschen getestet. So, dann würde ich sagen... Lasst ein Like und ob euch das Video gefallen hat. Genau, und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ja, haut rein, Leute. Ciao.